Über 250.000 Menschen erkranken pro Jahr an Schlaganfall. Und das Erschreckende daran, nicht nur Ältere, sondern zunehmend auch jüngere Menschen sind davon betroffen. Die Folgen dieser Krankheit in den meisten Fällen verheerend und langwierig. Deswegen sprechen wir heute über dieses Thema mit einem Facharzt, den ich dazu in die Sendung eingeladen. Um die 270.000 Fälle ereignen sich aktuellen Berechnungen zufolge pro Jahr in Deutschland. Rund 20% aller Schlaganfallpatienten sterben innerhalb von vier Wochen und knapp 40% binnen einem Jahr. Das ist mal eine fette Hausnummer. Eindeutig zu viel. Deswegen habe ich mir gedacht, dass es mehr als sinnvoll ist, dieses Thema genauer zu beleuchten und über Risiken und Vorbeugungsmaßnahmen aufzuklären. Natürlich mit einem Experten, der bestens informiert ist auf diesem Gebiet. Herr Prof. Dr. Kusinski, Facharzt für Neurologie im medizinischen Zentrum der Städteregion Aachen in Würseln. Ihn habe ich zu mir ins Studio eingeladen, freue mich sehr auf seine Beiträge und damit auf die heutige Sendung. Guten Abend, grüße Sie und schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Ja, freut mich, dass ich hier bei Ihnen sein kann. Haben Sie den Weg gut gefunden? Ja, ne? Ja, das war prima. Einfach zum Studio. Das ist gar kein Problem, aber es ist einfach ein schönes Thema und ein schöner Anlass und ich freue mich, dass ich hier sein kann, um mit Ihnen mal über Schlaganfall zu sprechen. Genau das tun wir heute und damit wir uns inhaltlich auch nicht verrennen, fangen wir doch mal ganz von vorne an und handhaben es wie der Lehrer in der Schule. Kurz und knackig gefragt, was ist Schlaganfall? Wie lässt sich diese Krankheit allgemein verbindlich erklären? Ja, Schlaganfall, das ist eigentlich ein Überbegriff. Der bezeichnet eine Durchblutungsstörung im Gehirn und ganz einfach gesagt fällt das in zwei Gruppen. 80 Prozent der Fälle ist ein Blutgefäß im Kopf verstopft und ein Teil des Gehirns wird nicht mehr durchblutet und das führt akku zu Befunktionsstörungen. Und 20 Prozent sind ja fast sowas wie das Gegenteil. Da platzt ein kleines Blutgefäß im Kopf und es gibt einen Bluterguss, einen richtigen Blutgrinsel, das sich dann im Gehirn ausbildet. Symptome sind oft ganz ähnlich in beiden Fällen, aber es trifft einen in den meisten Fällen eben wie ein Schlag, daher auch der Name Schlaganfall. Ah ja, aber das was viele wissen, da setzt sich irgendwas zu im Kopf, irgendwelche Venen sind verstopft, Hashtag Blutgerinnsel, Hashtag Kalkablagerung, Hashtag verminderte Versorgung im Gehirn. Das ist ja irgendwie so ein Halbwissen, was da in den Köpfen vieler Menschen rumschwirrt. Aber wie genau dürfen wir uns das vorstellen? Also was passiert da im Kopf? Ja, also das Gehirn, das muss ja ständig mit Sauerstoff versorgt werden. Ständig muss Blutfluss aufrecht gehalten sein, damit die Nervenzellen ihre Arbeit machen können. Und wenn jetzt ein Blutgerinnsel sich auf den Weg macht, vielleicht aus dem Herzen oder aus einem der größeren Gefäße oder ein kleiner Kalkfropf mit dem Blutstrom fortgetragen wird, dann ästeln sich diese Gefäße im Kopf immer weiter auf wie die Äste eines Baumes und irgendwann ist der Durchmesser so klein, dass das Blutgerinnsel da drin stecken bleibt. Und dann gibt es eben einen ganzen Bereich des Gehirns, in dem dann kein Blut mehr ankommt. Und da bricht ganz schnell der Stoffwechsel zusammen und dann gibt es Funktionsstörungen. Und da unser Gehirn ja hoch spezialisiert ist und verschiedene Hirnregionen total unterschiedliche Aufgaben haben, entstehen dann auch ganz unterschiedliche Beschwerden, je nachdem, wo gerade diese Durchblutungsstörung aufgetreten ist. Und das dann mit so heftigen Folgen? Ja, das sind ganz heftige Folgen und vor allen Dingen das Wichtige ist, in den ersten Stunden kann man da noch eine Menge dran machen. Da kann so ein Blutgerinnsel noch wieder entfernt werden oder aufgelöst werden. Und viele Patienten leider erreichen uns gar nicht in diesen ersten Stunden, in denen man noch so viel machen kann und das ganze Ereignis komplett vielleicht wieder reversibel machen könnte. Also wenn man mal so liest, wie viele Menschen da pro Dekade, also in dem Fall jetzt einem Jahr, an Schlaganfall erkranken und das Erschreckende daran, Schlaganfall ist ja eine altersübergreifende Erkrankung. Das heißt, nicht ausschließlich ältere Menschen, also der Greis von 79, der alte Opi oder die alte Omi leiden darunter. Nee, nee, selbst Kleinkinder, die noch unverbraucht jung und meistens gesund sind. Wieso das? Ja, da haben Sie völlig recht und Sie hatten ja auch eben schon darauf hingewiesen, wie viele Menschen an einem Schlaganfall akut versterben. Aber was ich persönlich fast noch viel schlimmer finde, ist, dass ein Großteil der Patienten hinterher lebenslang behindert bleiben. Und mit so einer Behinderung, mit einer Halbseitenlähmung oder einer schweren Sprachstörung zu leben, das ist wirklich eine Herausforderung für den Betroffenen, aber auch meistens für die ganze Familie, die da drumherum steht. Ja, Schlaganfall, hatten Sie gesagt, kann in jedem Alter auftreten. Das ist richtig. Es ist schon so, dass mit erhöhtem Alter das Risiko steigt. Aber wir haben auch ungefähr 10 Prozent der Schlaganfälle bei Patienten, die unter 40 Jahre alt sind. Und die Risikofaktoren sind dann häufig auch ganz andere. Also auch bei einem Säugling ist das häufig mit den Ursachen was ganz anderes als der klassische Bluthochdruck und der Bewegungsmangel und das Rauchen, das wir dann vielleicht bei einem älteren Menschen anschuldigen müssen. Ich finde Schlaganfall, das ist auch so eine, ja so eine fiese, so eine recht heimtückische und damit ja ernstzunehmende Angelegenheit. Denn oft bemerken die Menschen gar nicht, dass etwas im Argen ist. Irgendwann treten dann die Symptome ein, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen. Ja und dann ist das Kind auch meistens schon in den Brunnen gefallen. Dann ist es auch meistens schon zu spät. Es muss schnell und am besten frühzeitig gehandelt werden. Und inwiefern? Was ist denn dann zu tun? In der Akutsituation gibt es eigentlich, wenn man den Verdacht auf einen Schlaganfall hat, nur eine vernünftige Reaktion und das ist die 112-Wellen und den Rettungsdienstverständigen. Denn jeder akute Schlaganfall gehört schnellstmöglich in eine Spezialklinik. Wir haben Gott sei Dank solche Spezialkliniken hier in der Region und wir behandeln dort eben sehr konzentriert Schlaganfallpatienten rund um die Uhr und können die ganzen speziellen Therapieverfahren, die es da eben in den ersten Stunden zur Versorgung gibt, anbieten. Und sind in der Lage dann gegebenenfalls einen Schlaganfallpatienten, dieses Blutgerinnsel auch wieder aufzulösen, mit einem Katheter herauszuziehen und auf diese Weise ja den Schlaganfall in seinen Folgen abzumildern oder im besten Fall sogar komplett rückgängig zu machen. Das heißt aber nicht, dass danach nicht nochmal ein Schlaganfall eintreten kann, oder? So ist es. Wenn der erste repariert wurde, möglichst ohne Folgen, heißt das nicht, dass dann weitere Schlaganfälle ausgeschlossen sind? Nein, keinesfalls. Der Schlaganfallpatient ist der Hauptrisikopatient für den nächsten Schlaganfall und deswegen bedeutet es natürlich nicht, den Patienten am nächsten Tag dann nach Hause zu schicken, sondern sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen und zu Guckbeugen tun, damit so ein Ereignis demnächst nicht wieder auftritt. Ist denn ein Schlaganfallpatient, der bereits schon einen erlitten hat, eher für einen weiteren prädestiniert oder kommt der dafür in Frage als jener, der noch keinen erlitten hat? Ja. Wirklich, ja? So ist das, ja. Wobei wir natürlich bei einem Großteil dieser Patienten spezifische Ursachen identifizieren können und die kann man vielleicht beheben und dann ist das Risiko natürlich wieder reduziert. Also die Patienten verlassen uns im Krankenhaus natürlich dann auch immer mit einer neuen medikamentösen Einstellung in der Regel, die ihn dann in Zukunft vor sowas schützen soll. Aber wenn man da gar nicht sich drum schert, dann muss man sagen, ist das Risiko für einen nächsten Schlaganfall. Unser heutiges Thema Schlaganfall. Herr Prof. Dr. Kusinski, Facharzt für Neurologie aus dem Medizinischen Zentrum in Würseln. Er sitzt heute bei mir hier im Studio. Er kennt sich nämlich bestens aus. Auf diesem Behandeln besprechen, näher beleuchten und den Hörern näher bringen. Nicht umsonst geben Sie dazu, wie ich auch gehört habe, regelmäßige Vorträge im Uniklinikum in Aachen. Stimmt das? Ja, auch im Uniklinikum in Aachen, aber auch sonst hier in der Region, im Rathaus in Würseln haben wir immer wieder regelmäßige Fortbildungen zu diesem Thema. Ich bin auch Regionalbeauftragter der Deutschen Schlaganfallhilfe und wir sind aufgerufen, Aufklärungsarbeit zu diesem Thema zu leisten. Denn das Wissen um die Symptome des Schlaganfalls und auch um das, was man vorbeugend tun kann, ist immer noch nicht so weit in der Bevölkerung verbreitet, wie wir uns das eigentlich gerne wünschen würden als Mediziner. Genau, deswegen machen wir ja heute auch eine Sendung dazu. Das begrüßen Sie auch, hatten Sie vor der Sendung gesagt, dass man da nochmal drüber spricht. Aber nochmal, um auf diese Vorträge, die Sie da halten, zurückzukommen. Da darf jeder kostenlos hin? Wie lange dauert so eine Veranstaltung? Ja, das sind meistens Veranstaltungen, die so ein, zwei Stunden dauern, wo wir dann häufig auch noch weitere Fachleute in dem Gebiet Rehabilitationsmedizin oder Geriatrie oder Kardiologen mit hinzuziehen. Denn all das spielt häufig beim Schlaganfall mit eine Rolle. Und wenn man sich da sonst noch informieren möchte, also wir haben jetzt gerade hier Bürgerradio Kreis Aachen, natürlich machen wir heute eine Sendung, Sie mit Ihren guten Vorträgen und wo kann man sich im besten Falle noch informieren? Ja, die Deutsche Schlaganfallhilfe hat auch eine sehr gute Website zu dem Thema eingerichtet. Dort kann man eine Menge machen, auch einen Risikocheck kann man machen dort online. Und das ist glaube ich ganz hilfreich, um auch selbst abschätzen zu können, ob man vielleicht wegen dieses Themas nicht vielleicht auch mal zu einer Vorbeugeuntersuchung zu seinem Hausarzt oder vielleicht zum Facharzt, zum Niedergelassenen gehen sollte. Und diesen Risikocheck, wie darf man sich denn vorstellen im Internet, man gibt da so ein paar Daten ein, gesundheitliche... So ein paar Dinge abgefragt, wie viel Bewegung man so in der Woche hat, aber auch was man vielleicht für Blutdruckwerte von sich kennt und ob man vielleicht seine Blutfettwerte kennt, die kann man dann dort eingeben. Und ob man zum Beispiel schon mal einen Schlaganfall oder eine sogenannte TIA, also eine transitorische ischämische Attacke, also eine vorübergehende Schlaganfallsymptomatik vielleicht mal gehabt hat. Und anhand dieser Faktoren kann man dann ganz gut das individuelle Schlaganfallrisiko kalkulieren. Das ist gut. Also sollte man auf jeden Fall mal machen zu empfehlen, schlaganfall-hilfe.de, was auch noch sehr erfreulich ist. Ich meine, die Medizin hat ja in den letzten Jahren einen sehr großen Fortschritt gemacht, weshalb es ja mitunter auch möglich ist, effektive Behandlungsmethoden durchzuführen und damit die Gefahr von Schlaganfall zu minimieren, als das vor 20, 30 Jahren, sage ich mal, der Fall war. Und deswegen sollte man das Angebot der Vorbeugungsmaßnahmen auch wahrnehmen. In Ihrem Fall, wie sehen die aus, die Behandlungen, die Sie potenziellen Schlaganfallpatienten anbieten und wie genau gehen Sie vor, um das Risiko zu minimieren? Also das erste oder die Basis ist vielleicht, dass wir die Patienten auf einer Station bei uns im Krankenhaus konzentrieren. Das ist eine sogenannte Schlaganfall-Spezialstation oder wie man auch neudeutsch sagt, Stroke-Unit. Dort behandeln wir so im Jahr, um die Nummer, um so eine Hausnummer zu nennen, im Jahr um die 1300 Schlaganfallpatienten. Im Jahr? Im Jahr. Und Sie können sich natürlich vorstellen, wenn Sie jetzt ein Team bilden aus Ärzten, aus speziell geschulten Krankenschwestern, aus Physiotherapeuten, also Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Sozialdienst, die sich auf so eine große Patientenzahl konzentrieren, dass die natürlich eine Menge Erfahrung aufbauen und diesen Patienten vielleicht ganz anderes Behandlungsangebot machen können, als wenn das irgendwo behandelt wird. Das ist schon mal die Basis für die Therapie. Und was bieten Sie an dann? Im ersten Tag des Schlaganfalls und eine sehr, sehr schnelle und sehr effiziente Ursachenklärung und dann eben auch vorbeugende Behandlung. Die letztendlich natürlich nur minimieren und nicht gänzlich den Schlaganfall ausschließen, klar. Das heißt, wenn der Ernstfall dann tatsächlich eingetreten ist, wissen viele oft nicht, dass gehandelt werden muss. Woran erkennt man denn, dass es sich jetzt um einen Schlaganfall handelt und der Notruf verständigt werden muss? Denn sind wir mal ganz ehrlich, viele trauen sich dann nicht, die 112 anzurufen. So ist es, ja. Woher weiß ich das denn? Häufig kommt das zu spät. Das ist auch beim Schlaganfall gar nicht so einfach, Herr Schumms. Oft ist es selbst für den Spezialisten nicht so ohne weiteres möglich, das direkt zu erkennen. Aber es gibt auch ein paar Symptome, die so eindeutig Schlaganfallsymptome sind, dass man nicht zögern sollte, wirklich sofort die 112 zu wählen. Ich sage Ihnen mal so ein paar Beispiele. Eine Halbseitenlähmung. Also eine Lähmung, die ganz plötzlich einsetzt, schmerzlos und eine komplette Körperseite betrifft. Also die rechte oder die linke Körperseite, Arm, Bein und ein schiefes Gesicht macht auf derselben Seite. Das merkt man als Außenstehender. Das kriegt man mit. Das kriegt man mit. Das kann man eigentlich nicht übersehen. Und dann schon sofort 112. Dann sollte man wirklich die 112 wählen. Denn dann ist wirklich Holland in Not und dann muss wirklich schnellstens gehandelt werden, wenn man den Patienten noch retten will. Anderes Symptom ist eine plötzlich auftretende Sprachstörung. Also wenn ein Patient plötzlich nur noch Wortsalat herausbringt und überhaupt nicht mehr einen vernünftigen Satz zustande bringt und das Wortverständnis auch erloschen ist. Da gibt es eigentlich wenig Zweifel, dass das ein Schlaganfallsymptom ist und dass man da wirklich sofort die 112 wählen soll. Eine hundertprozentige Garantie weiß jeder, kann einem keiner geben. So nach dem Motto, wenn du binnen so und so vielen Minuten handelst, dann trägst du keine bleibenden Schäden davon. Ansonsten schon. Ich denke mal, ist auch sicher eine individuelle Sache. Beim einen so, beim anderen so. Aber grobe Richtwerte kann man ja durchaus mal nennen. Kurzum, wann wird es brenzlig und wann kommt man eher glimpflich davon? Naja, also das eine ist der Faktor, wie schwer die Symptome am Anfang schon ausgeprägt sind. Und umso schwerer die sind, umso größer ist natürlich das Risiko, dass man am Schluss auch irgendwie eine Behinderung davon, dem Schlaganfall davon trägt. Wir haben ja durchaus Patienten, die haben diese Schlaganfallsymptome nur für ein paar Minuten als Vorwarnung und sind dann wieder beschwerdefrei. Das sind natürlich im Prinzip die Besten, weil bei denen können wir natürlich sozusagen die Ursache finden, beseitigen und der Patient bekommt gar keinen Schlaganfall. Wir nennen das diese transitorisch-ischämischen Attacken. Aber Patienten, die natürlich primär schon sehr, sehr schwer betroffen sind, das sind natürlich die High-Risk-Patienten, wo natürlich die Gefahr im Vollzug ist, dass die auch mit schweren Behinderungen rausgehen. Und da gibt es natürlich einerseits den Faktor, wie schwer ist das Defizit am Anfang. Der andere Faktor ist sicherlich, wie lang ist die Zeit, bis der Patient das Krankenhaus erreicht. Und da muss man immer wieder allen in der Bevölkerung mal klar machen, ungefähr 80 Prozent der Patienten kommen zu spät zu uns ins Krankenhaus. Zu spät. Das heißt dann, wenn der Zug eigentlich schon abgefahren ist. Also die meisten Therapiemöglichkeiten haben wir bei Schlaganfallpatienten heute so in den ersten vier bis fünf Stunden. Da gibt es Medikamente, die wir verabreichen können. Die können die Blutgerinnsel, die da in den Gefäßen stecken, auch wieder auflösen. Und heutzutage gibt es sogar auch Verfahren, wenn es größere Blutgerinnsel sind, wo meine radiologischen Kollegen dann tatsächlich mit dem Katheter von der Leiste bis ins Gehirn hineingehen und dieses Blutgerinnsel dann wirklich mikrochirurgisch aus diesem Gefäß wieder herausziehen können. Aber wir können dadurch Patienten, die auch schwerst betroffen sind, unter Umständen massiv helfen. Aber auch das, wie gesagt, liebe Hörer, geht nur in den ersten Stunden. Jetzt werden Sie wahrscheinlich lächeln. Ich will das Thema auch nicht belächeln, weil es einfach ernst genug ist. Aber ich stelle mir so einen Schlaganfall immer vor, weil er ja so schleichend ist, wie so ein Computer ohne Virenprogramm, Virus arbeitet, im Hintergrund, buf, und irgendwann funktioniert nichts mehr, weil der PC nicht mehr hochfährt. Ja, das stand ich gar nicht schlecht beschrieben, ja. Da ist schon was dran. Ja, im Internet oder wo, irgendwo war es, habe ich gelesen, erfahren, dass Wissenschaftler beobachtet haben, dass die Zahl der altersbezogenen Schlaganfälle in letzter Zeit stark rückläufig war. Aber was mich daran besonders wundert, dass gerade bei den Jüngeren so gut wie keine Abnahme der Häufigkeit einen Schlaganfall erkennbar war, aber hingegen den wirklich potenziell Gefährdeten, sprich den Älteren, schon. Woran liegt das? Nun, die Ursachen des Schlaganfalls beim jungen Patienten sind häufig ganz anders gelagert. Wir haben Schlaganfälle bei jungen Patienten, ich erinnere an 16-Jährigen vor einigen Wochen, bei denen war das Drogen induziert. Also es gibt Amphetamine, Kokain, die zu Gefäßentzündungen führen können im Gehirn und das kann Schlaganfälle verursachen. Das ist natürlich was ganz anderes als beim 80-Jährigen, da haben wir sowas nicht. Und entsprechend können Sie sich vorstellen, dass wir diese Patienten ganz anders durchchecken und auch häufig ganz andere Ursachen finden. Häufig sind es auch Herzfehler bei den jungen Patienten, die Schlaganfälle verursachen können. Die müssen natürlich dann auch komplett anders behandelt werden. Das ist nur ein Schlaganfall, ist eine altersübergreifende Krankheit, Kleinkind, Jugendlicher oder Senior, jeder kann davon betroffen sein. Und die Frage, die sich einige stellen und auch stellen sollten vor allem, ist die nach den Ursachen. Ein typisch auslösender Faktor ist ja, wissen wir alle, rauchen. Aber es gibt ja noch zahlreiche weitere Faktoren. So ist es, ja. Sie ergänzen bitte, Herr Prof. Dr. Kosinski. Ja, ich würde vorschlagen, man kann die ja sozusagen in drei Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe ist die, die können Sie nicht beeinflussen. Das sind zum Beispiel erbliche Vorbelastung. Wenn Sie Verwandte ersten Grades haben, die Schlaganfälle hatte, das sind Risikofaktoren, an denen können Sie nichts machen. Ja. Aber es gibt Risikofaktoren, an denen kann Ihr Arzt arbeiten mit Ihnen und es gibt welche, die können Sie selber bearbeiten. Die Ihr Arzt mit Ihnen bearbeiten kann, das sind solche Sachen wie Bluthochdruck oder Blutzuckererkrankung oder Fettstoffwechselstörung. Da kann man eine Menge auch medikamentös dran machen. Und dann gibt es die, ja, was man so schön neudeutsch Lifestyle-Management bezeichnet. Das sind die Dinge, die Sie wirklich selber beeinflussen können, dass es eben mit dem Rauchen aufhören, dass es was gegen den Bewegungsmangel tun und das kann bedeuten, sich gesünder zu ernähren. Man kann ja noch so gut vorbeugen und dennoch der Krankheit zum Opfer fallen. Und ich gerade von älteren Menschen, da weiß und höre ich sehr häufig, ich an der Bushaltestelle in der Stadt und so, und da kommt man ja auf diese Themen durchaus zu sprechen. Die sagen mir dann so, ach jung, ich lebe doch eh nur noch ein paar Jährchen, ich tue das, worauf ich Lust habe und genieße das Leben in vollen Zügen. Ja, aber genau da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Ist doch wie beim Thema Ökonomie und Ökologie, Interessenkonflikt. Beides geht nicht, aber dennoch muss es gehen. Obacht auf die Gesundheit kommt meistens nicht mit Leben nach Lust und Laune einher. Ist doch irgendwie doof, oder? Ja und nein, aber ich bin der Meinung, zum Beispiel Bewegungsmangel, ich glaube nicht, dass einen das wirklich glücklich macht. Also ich glaube, dass der bessere Lebensstil der ist, wo man sich wirklich regelmäßig bewegt und gesund ernährt und nicht so stark übergewichtig ist. Ich glaube, man hat viel mehr Lebensqualität letztlich. Ja, aber auch. Auch wenn das auf den ersten Schritt erstmal wie eine Einschränkung wirkt, dass ich jetzt nicht mehr so viel essen soll wie sonst. Aber ich glaube letztlich, man lebt wirklich mit einer viel, viel höheren Lebensqualität dabei. Bin ich und vielleicht ältere Leute bei Ihnen, aber rauchen. Die sagen, jung, ja, rauche ich halt eben eine nach der anderen. Ja, aber da haben wir doch wieder die Ursache für Schlaganfall. Ich glaube, dafür leben wir ja auch in einer freien Gesellschaft. Das kann natürlich auch sein. Was ich den Patienten immer sage, an einem Schlaganfall zu versterben, also es trifft einen und man fällt um und man ist tot, das ist vielleicht die eine Vorstellung. Aber das viel Schlimmere ist ja, das ist ja nicht das Schicksal der meisten Schlaganfallpatienten. Das Schicksal der meisten Schlaganfallpatienten ist ja, den Rest seines Lebens mit einer schweren Behinderung zu verbringen. Und das ist, glaube ich, das, was keinen glücklich macht. Also da, glaube ich, da kann man gerne lieber aufs Rauchen verzichten, wenn man einem solchen Schicksal dadurch entgehen kann. Welche Therapien werden bei Schlaganfallpatienten dann durchgeführt, wenn es dann soweit ist? Rehabilitationsmaßnahmen, Ergotherapie oder sowas, ne? Ja, genau. Das eine ist die medikamentöse Therapie, die mir der Vorbeugung weiterer Schlaganfälle dient, also blutverdünnende Medikamente. Ich sage jetzt mal so ein paar Klassiker. Das ist die Aspirin-Tablette, die Mini-Aspirin-Tablette, die man verordnet. Das sind die Cholesterinsenker, die Statine. Das sind die Blutdruckmedikamente, die da oft verordnet werden und in speziellen Fällen auch stärkere Blutverdünner wie zum Beispiel Makomar. Und neben diesen Medikamenten stehen halt die rehabilitativen Maßnahmen nach dem Schlaganfall ganz im Vordergrund. Viele der Patienten verlassen uns nicht nach Hause, sondern gehen zunächst erstmal in eine spezielle neurologische Rehabilitationsklinik, wo man ihnen wieder im Zweifelsfall Laufen beibringt oder mit ihnen intensives Sprachtraining macht, um sie wieder ans Sprechen zu bringen. Und diese Maßnahmen sind eigentlich im Allgemeinen sehr erfolgreich. Die meisten Patienten nach drei bis sechs Wochen Reha-Behandlung haben ein viel geringer ausgeprägtes neurologisches Problem als noch bei uns in der Klinik. Das heißt also, der Erfolg, vollständig wieder gesund zu werden nach einem Schlaganfall, ist also sehr groß. Ja, also es gibt so ein bisschen so eine Ein-Drittel-Regel. Ein Drittel der Patienten verlassen schon beschwerdefrei wieder unser Krankenhaus. Ein Drittel hat vielleicht noch eine leichte Störung am Ende der Rehabilitation. Und ein Drittel, das sind halt die Patienten, die entweder versterben oder dann doch auch eine schwerere Störung leider zurückbehalten. Herr Professor Dr. Kusinski, wenn es dann einen so richtig erwischt hat, dann kann der Heilungsprozess durchaus sehr langwierig sein, ne? Ja, vor allen Dingen vielleicht heilt es auch gar nicht mehr komplett. Vielleicht bleiben doch Defizite auch langfristig bestehen. Und dann heißt es, sich damit im Alltag und im Leben zu arrangieren, was eben häufig doch eine Herausforderung ist, weil viele der schweren Schlaganfallpatienten dann doch auch ständig auf Pflege und Unterstützung angewiesen sind und nicht mehr selbstständig ihren Alltag bewältigen können. Ja, deswegen müssen Angehörige gerade auch ihr komplettes Leben umkrempeln, wenn sie dem Ehemann helfen wollen, ihn begleiten wollen, ihn unterstützen wollen. Das stelle ich mir nicht einfach vor. Was raten Sie da pflegenden Angehörigen, die vielleicht dann überfordert damit sind? Was ich tatsächlich nur rate, Auszeiten zu gönnen. Es gibt immer die Möglichkeit, auch den Betroffenen mal in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung unterzubringen und sich auch selbst mal eine Auszeit zu gönnen und mal einen Urlaub zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das können Hausärzte gemeinsam mit den Betroffenen auch organisieren und davon sollte man Gebrauch machen. Es gibt ja auch extra Schlaganfallstationen. Sie hatten das vorhin, glaube ich, genannt. Extra nur für Schlaganfallpatienten. Das finde ich sehr erstaunlich, dass man denen besonders hohe Aufmerksamkeit widmet. Stroke Unit. So was gibt es in Würseln auch, um das nochmal zu verdeutlichen. So ist es. Ja, hier in der Städteregion Aachen gibt es diese hochspezialisierten Einheiten nur in der Uniklinik und bei uns im Medizinischen Zentrum. Der Städteregion Aachen. Und wir behandeln dort eben in großer Zahl Schlaganfallpatienten sehr fokussiert, aber nur in der ganz akuten Phase, also den ersten 24 bis 72 Stunden. Das heißt, es kommen auch viele Patienten von weiter her aus Hamburg, aus irgendwelchen Städten, wo es so eine spezielle Stroke Unit eben nicht gibt. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Der Schlaganfall ist tatsächlich so häufig, dass es in Deutschland so flächendeckend so bis an die 300 solcher spezialisierten Schlaganfallstationen gibt. Und entsprechend sind wir hier in der Region aber sehr, sehr gut aufgestellt mit diesen beiden Schlaganfallversorgungseinrichtungen. Herr Prof. Dr. Kosinski, Facharzt für Neurologie und Schlaganfallexperte, wir kommen allmählich zum Ende. Ich würde gerne mit Ihnen noch zwei, drei Stunden weiter über dieses Thema reden, weil es eben so wichtig ist, weil man eben handeln sollte. Aber wir sollten noch klären, was bei der Einnahme von Medikamenten beachtet werden sollte. Ja, ich meine, sind wir ganz ehrlich, die beste Therapie hilft mal rein gar nichts, wenn die Medikamente nicht oder falsch eingenommen werden. Ja, da haben Sie völlig recht. Wenn Sie im Papierkorb oder Mülleimer landen, dann nützen Sie schon mal gar nichts. Und bestimmte Medikamente werden ja tatsächlich auch nur vertragen, wenn sie mit der Mahlzeit eingenommen werden, wie zum Beispiel die Mini-Aspirin-Tablette. Die sollte man nicht auf nüchternen Magen nehmen. Es gibt aber auch kompliziertere Behandlungen, wie zum Beispiel Makomar. Da muss man tatsächlich regelmäßig zum Hausarzt gehen und die Blutgerinnung kontrollieren lassen und dann die Dosis wieder individuell anpassen lassen. Und wenn man das nicht regelmäßig macht, dann wirken diese Medikamente auch gar nicht richtig. Ähnliches gilt auch für die Blutdruck-Tabletten. Da hilft es auch nichts, einmal eingestellt worden zu sein, weil der Blutdruck sich ständig verändert und die Medikamente auch immer wieder angepasst werden müssen. Also da mal sich selbst ein Blutdruckgerät anlegen und mal zu Hause nachmessen, die Werte aufschreiben, mit zum Hausarzt nehmen. Oder mal regelmäßig in die Apotheke gehen, den Blutdruck messen lassen und dann mal gucken, ist denn die Behandlung überhaupt noch in der Dosierung jetzt die richtige für mich. Das sind eigentlich so Maßnahmen, die sollte man unbedingt verfolgen. Also man ist eigentlich schon mit diesen Risikofaktoren dann auch ein chronischer Patient, der auch regelmäßige ärztliche Überwachung braucht. Und dann muss auch angepasst werden, wie die Medikamente. Und dann kommt das raus, ob die Behandlung in der Dosierung überhaupt noch die richtige ist. Naja, im Zweifelsfall muss ich halt mal Blutwerte abnehmen lassen. Ich muss mal den Blutdruck messen lassen und muss mal gucken, ob das noch alles so passt. Ja, jetzt haben wir ja einiges über das Thema Schlaganfall heute erfahren und hoffentlich nochmal auffrischen können, aber über sie noch nicht wirklich viel. Ja, wenn ich das jetzt mal so auf Öscherplatt ausdrücken darf. Was machen sie eigentlich da ganze Tag über? Das mag jetzt irgendwie komisch klingen, diese Frage, mag jetzt einer denken, stellt der Schunk denn da für eine blöde Frage? Ja, hallo? Der ist A, andere auch, trägt einen weißen Kittel und sorgt dafür, dass es schlechten Menschen wieder gut geht. Der ist Neurologe, Punkt aus, fertig. Ja, nee, so einfach möchte ich das jetzt aber nicht stehen lassen. Wer mich kennt, weiß, ich bin da sehr korrekt. Auch das sollte hier nochmal erwähnt werden. Wie lässt sich Ihr Arbeitsalltag erklären? Welche Behandlungen führen Sie durch? Wie darf man sich vorstellen, wenn Sie morgens die Schlüppe anziehen und in die Praxis gehen? Also das ist im Krankenhaus heutzutage auch gar nicht mehr so einfach. Das ist schon relativ kompliziert, weil ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Chefarzt. Das heißt, ich muss auch eine Klinik leiten, ich muss auch Ärzte ausbilden, ich muss Patienten behandeln, aber ich muss natürlich auch sehen, dass die Organisation, die dahinter steht, funktioniert. So was funktioniert auch nicht von selbst. So ein Schlaganfall, Versorgung, 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag und am Wochenende aufrecht zu erhalten, ist auch ein hoher organisatorischer Aufwand. Und ich würde sagen, auch ein Großteil meiner Arbeitszeit am Tag ist damit, sich zu beschäftigen, dass das rund läuft, ohne dass der Patient davon im Zweifelsfall überhaupt irgendwas merkt. An sich, meine Behandlung selbst, die ich persönlich durchführe, ist viel das gesprochene Wort. Also in der Neurologie, wir klären viel auf über den Schlaganfall zum Beispiel, aber auch über andere Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer. Sie können sich vorstellen, da geht es viel darum, mit Patienten zu reden und auch mit Angehörigen zu reden und dann auch Medikamente zu verordnen, die dann zu den Patienten passen und zu der Lebenssituation. Das ist schon sehr aufwendig und ich würde sagen, einen Großteil meiner Zeit am Tag verbringe ich tatsächlich in der Ambulanz oder auf den Stationen im Gespräch. Das können wir so stehen lassen. Gibt es denn abschließend, weil ein Blick auf die Uhr sagt, wir nähern uns mit Vollgas dem Ende unserer Sendung, wird sehr gerne noch einiges mehr erfahren, aber ich denke, das Gröbste haben wir dann doch jetzt hier zusammengefasst. Gibt es Ihrerseits noch irgendwas, was Sie abschließend loswerden möchten? Lob, Kritik, Anregungen, Appell, was auch immer? Nein, also wir haben ja heute schon darüber gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn die Hörer hier, die das heute mitbekommen haben, diese Sendung Multiplikatoren werden, das Ganze nochmal in Ihrem Familienkreis vielleicht nochmal zur Sprache bringen und vielleicht auf diese Weise den Schlaganfall noch ein bisschen weiter verbreitet werden kann. Das wäre sicherlich eine große Hilfe und Unterstützung auch für unsere Arbeit, sagt Prof. Dr. Kusinski im Bürgerradio Interview. Sehr, sehr tollen Beitrag, den Sie da geliefert haben hier bei uns. Ich denke, einige wissen jetzt mehr über das Thema, haben nochmal hingehört, worauf man besonders achten sollte und ich bin mir sicher, der eine oder andere konnte etwas dazulernen und weiß, wie man reagieren sollte im Falle eines Falles, um die Folgen eben nicht zu groß werden zu lassen. Ich hoffe, das sitzt jetzt bei den Menschen. Das soll es gewesen sein, Herr Professor. Und bestellen Sie den Leuten einen schönen Gruß in Ihrer Praxis und wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dann dürfen Sie alle fleißig zuhören und dann dürfen Sie Ihren Patienten auch sehr gerne mitteilen. Ich war damals beim Herrn Schunk vom Bürgerfunk und habe eine Sendung zum Thema Schlaganfall gemacht. Also machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause und danke, dass Sie hier waren. Ja, tschüss. Sehr gerne.